Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, ich bin kein Historiker und darauf möchte ich mal kurz eingehen, denn ich lese in letzter Zeit immer mehr oder vermehrt in den Kommentaren, dass Leute teilweise genervt davon sind und eigentlich lese ich das schon immer, aber manchmal gibt es Momente, wo es mich mehr abfuckt und manchmal oder meistens fuckt es mich gar nicht ab. Also Leute, die mir auf den Sack gehen, die irgendeine Hate-Kacke machen, juckt mich nicht. Aber es gibt so Momente, da juckt einen das doch und die Kommentare sind dann teilweise so, ja informier dich doch mal richtig, bevor du dahin gehst und so weiter. Wir wollen auch wissen, was mit diesem Ort passiert ist, die Geschichte und so weiter. Aber, und da muss ich halt tatsächlich widersprechen, ich bin kein Dokumentationskanal, ich bin nicht der NDR und ich bin nicht der WDR, ich mache keine Dokus, wo vorher mehrere Menschen recherchieren. Wisst ihr, ich habe dieses Ding mit den verlassenen Orten nicht angefangen, weil mich nur die Geschichte dahinter interessiert hat, sondern vor allem, weil mich einfach die Orte an sich interessiert haben. Dieses Verlassene, diese Stimmung, diese, diese mystische The Walking Dead Atmosphäre, dieses Apokalyptische, dieses, ihr wisst schon, was ich meine. Und im Ausland ist es natürlich anders, wer von euch zum Beispiel Dead Island gespielt hat, jetzt auf den Locations, wo wir waren, da hatte man so ein übelstes Dead Island Gefühl irgendwie. Meine Videos leben halt nicht davon, dass ich anfange, so moderatormäßig irgendwie rumzulatschen mit, mit am besten noch so ein Ansteckmikro und Funkstrecke und dann erzähle, hier zu linken sehen sie das und zu rechten das. Und 1973 war damals Alfred der Siebte hier und hat, ihr wisst schon, was ich meine, das ist nicht meine Art. Meine Art ist es halt zu spekulieren, auch mal ein bisschen zu überdramatisieren, weil ich aufgeregt bin, weil ich tagelang unterwegs bin, weil ich allgemein auch ein relativ emotionaler Typ bin. Der gefühlvoll auch zeigt, manchmal auch ein bisschen übertrieben, was los ist, manchmal wiederhole ich mich dann auch. Ne, so mit, psch, Leute, warte mal, da ist irgendwas und so. Ich möchte, dass ihr miterleben könnt, wie ich den Ort erkunde und nicht, dass ihr irgendwie auf Referatsbasis mir zuhört, während ich irgendwas runterorgel, was ich mir vorher im Auto durchgelesen habe und dann tausende Informationen droppe. Manchmal erzähle ich ja Dinge nochmal zur Geschichte im Nachhinein, wie zum Beispiel beim Horrorhaus der Hundefrau habe ich ja viel nochmal auch im Nachhinein recherchiert, weil es mich da wirklich sehr interessiert hat. Aber nicht bei jeder Location fange ich an und recherchiere ohne Ende. Das ist nicht die Art, wie ich Videos mache. Und ich weiß, dass die meisten von euch das auch wissen und mir da auch sicherlich zustimmen werden. Aber mir war es wichtig, dass ich das nochmal sage, weil ich das Gefühl hatte, das muss ich einfach mal sagen. Ich bin ein spontaner Typ, Leute. Und spontan und vorbereitend, das passt nur halbwegs zusammen. So wie du deine Touren gestaltest, so finde ich es gut. Wisst ihr, Leute, es gibt halt oft Menschen, die dann schreiben, ja, ist voll langweilig, bla bla bla, der und der macht das besser, guckt doch mal da und da vorbei und so weiter. Die Leute vergessen, glaube ich, zum einen, wie viel Arbeit das ist, diese Videos zu gestalten und zum anderen, dass es doch völlig okay ist, dass der eine das so macht und der andere das so. Das ist doch das Schöne, dass man ein großes Spektrum hat an Menschen, die verschiedene Inhalte bringen und verschiedene Dinge zeigen und verschiedene Ansatzpunkte haben, wie sie an die Dinge rangehen, ja. Der eine macht so, der andere so. Das finde ich mega. Deswegen, ähm, ja, verstehe ich teilweise nicht. Ich muss doch nicht so sein wie jemand anders. Das ist so ein Riesenfehler auch von Menschen im Allgemeinen. Mich triggert die Reichweite, die baut sich, ach, mich triggert, weißt du, dich sollte sowas nicht triggern. Also, no front, aber Leute, hört auf, euch immer triggern zu lassen von Dingen. Mich triggern auch andauernd Sachen, aber man muss eben aufpassen, dass man es nicht in irgendeiner Hinsicht zu weit an sich rangeht. Bauwatch, ich bin mit denen so, wir mögen uns, wir schreiben öfter miteinander und so weiter. Es gibt viele Leute, die nicht hinter die Fassade gucken können und sich trotzdem eine Meinung über gewisse Dinge bilden. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem im Internet. Das hängt auch zusammen mit dem, ähm, wie, wie Menschen, Menschen im Internet und wirklich no front an dich, der das gerade geschrieben hat. Es ist mir nur gerade eingefallen oder aufgefallen dazu, lieber Hans, ich glaube, du hast das geschrieben. Nur, es ist ein unfassbarer Disrespect teilweise im Internet am Start, was es angeht, mit an, über andere zu urteilen, über die man sich kein Urteil bilden sollte, nur weil man ein, zwei Videos gesehen hat. Wisst ihr, was ich meine? Da guckst du ein Video von PJ, PJ labert in dem Video, in dem seinen Augen scheiße, der das Video gesehen hat. Und schwuppdiwupp kriegt man einen Stempel drauf gedrückt und, ähm, man ist, äh, so oder so. Und dann kommen halt so Sachen wie, warum bist du nicht so wie der? Oder der, den gucke ich total gerne, warum machst du das nicht auch so? Ja, Alter, weil ich nicht der bin. Ist eine Sache, die auf jeden Fall, wenn man lange Zeit im Internet ist, und ich bin jetzt ja auch schon seit 2015 immerhin mit dem YouTube-Kanal zu Gange, das sind auch schon einige Jahre, und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sowas persönlich nicht an mich ranlasse, aber es ist halt eine Sache, die ich gerne ab und zu anspreche, weil ich meine, meine, meinen Standpunkt dazu gerne auch mal vertreten möchte, zwischenzeitlich. Moin, ihr habt alle eure eigene Art und Weise und seid alle super, so wie ihr seid. Jeder macht seins, wie er es für richtig hält, ähm, wem es nicht passt, sollte wegschalten. Komm mal wieder hinter den Kulissen-Videos. Hinter den Kulissen-Videos kommen aber nur, wenn ich mit Heiko unterwegs bin. Und da ich zur Zeit mit Heiko nicht unterwegs bin, weil ich im Ausland unterwegs war, weil ich jetzt viel mit Felix unterwegs war, und dann mit Fritz und Felix, und dann war ich mit Bommel und Fritz nochmal unterwegs, und so weiter, und so weiter, ähm, hab ich Heiko länger nicht mehr gesehen, also alles gut zwischen uns, aber er hat seine Touren gemacht und ich meine Touren. Ja, mir ist es halt wichtig, Abwechslung in den Kanal zu bringen, mir ist es wichtig, Abwechslung in mein Leben zu bringen. Ähm, gerade jetzt, wo ich selbstständig bin, möchte ich natürlich das ausnutzen, möglichst viel unterwegs sein zu können, und eben auch nicht nur in Deutschland, und solange ich dieses Privileg habe, möchte ich es nutzen. Deswegen kommen wahrscheinlich zur Zeit weniger Videos mit Heiko, als mehr eben von der Auslandsgeschichte. Sobald ein Mensch im Internet etwas, ähm, Oberwasser hat, bekommt man Hate. Man sollte, I don't give a fuck, durchs Leben gehen, äh, und seine Linie fahren. Sobald man etwas davon abweicht, wegen Hate oder Kritik, gibt man denen unnötig Macht. Ja, ist definitiv so. Hundertprozentig. Auf Menschen zu hören, die einen verändern wollen, oder die einfach nur auf, also, es gibt halt sehr viele, hu, ihr wisst schon, was ich sagen will. Kleine Spasten, minderjährige Spasten, die keine Ahnung, also keine Erziehung haben, keinen Respekt erfahren haben, und die einem einfach auf den Sack gehen wollen, ne. Und wenn man diese Leute ernst nimmt, ja, ist man fast schon nicht besser als die, ne, weil sich auf das Niveau herabzulassen, und dann zu sagen, oh Gott, oh Gott, was hast du da bloß gesagt? Ja, ich werde sofort verändern, oh, stimmt, du hast vollkommen recht, ich sollte lieber sein wie der, ich werde es echt versuchen umzustellen. Also konstruktive Kritik immer gerne, ähm, Hufeisenverkäufer, genau, die sind's. Hufeisenverkäufer trifft es gut. Man kriegt auch so viele nette Nachrichten, das muss man ja auch dazu sagen, ne, wo du das jetzt gerade geschrieben hast. Man kriegt überwiegend nette Nachrichten. Man hält sich natürlich gerne auch immer mal an den negativen Sachen fest, aber es gibt unfassbar viele nette Kommentare auch. Es gibt sehr viele emotionale Nachrichten auch, die einen berühren, hinsichtlich dessen, dass man so Dinge bekommt wie, ich habe Krebs, oder mein Sohn hat Krebs, oder ich bin gerade krank, ich bin gerade depressiv, und deine Videos haben mir oder meiner Freundin geholfen, wieder aus der Depression rauszukommen, und so weiter. Oder letztens gab es eine Nachricht, äh, dass ich für jemanden, für die Hochzeit was aufnehmen soll, irgendwie, und so weiter. Also wirklich krasse Sachen, die irgendwie, wo man sich denkt, ja geil, Alter, dafür habe ich die ganze Sache angefangen, nicht fürs Geld. Und fürs Geld, ganz, ganz wichtig, habe ich es ganz sicher nicht gemacht. Dann sehe ich nicht jahrelang ohne Monetarisierung die Videos hochgeladen und auf Monetarisierung geschissen, nur damit ich gute Musik da reinpacken kann. Ich habe das gemacht, weil ich Bock drauf hatte und weil ich mir gedacht habe, wenn ich nur eine Person inspirieren kann mit dem, was ich tue, dann habe ich es auch geschafft. Und das ist das, was ich wollte. Weil überlegt euch mal, wie schwer es ist, im echten Leben eine Person wirklich zu inspirieren, zu motivieren, ähm, einen Denkanstoß zu geben oder eine, eine Motivation eben zu geben, ähm, wodurch er sein Leben, oder sie sein Leben verbessern kann. Ja, und das durch Videos zu schaffen und das bei so vielen Menschen zu tun, wo Menschen die Videos gucken und sagen, Alter, ja, Mann, geil, du machst so viele Sachen, die ich mich nie getraut habe, jetzt habe ich es auch probiert. Und ja, Mann, geil, ich fahre jetzt auch Fahrrad, ich habe mir ein Rad gekauft, ich habe mein Rad wieder fit gemacht, ich habe auch Bock auf Radfahren, ich habe mir ein Packraft geholt, ich gehe jetzt wandern, ich mache jetzt auch Lost Place Sachen, ich habe neue Leute kennengelernt durch die Lost Place Sachen und so weiter, vielen Dank dafür. Das sind halt so Sachen, ne, da weiß man dann, warum man es macht. Da weiß man wirklich, warum man es macht. Und das ist so das, was ich euch auch mit auf den Weg geben kann, richtiger Deep Talk hier gerade, wenn ihr als guter Mensch durch, durchs Leben geht und euch bedankt für das, was ihr tut, bitte und danke sagt, nicht immer rumpöbelt, nicht immer alle in eine Schublade stecken, klar, aus Spaß kann man das mal machen mit Kumpels oder so, aber halt so im Großen und Ganzen einfach als guter Mensch durch die Welt geht, so naiv das auch klingen mag, dann werdet ihr das Gleiche oder noch viel mehr wieder zurückbekommen, ne. Und dann gewinnt ihr auch Kraft, ja, oder so eine Haut irgendwie, so eine dickere Haut, wodurch euch das egal wird, wenn Leute euer Zeug scheiße finden, weil das dürfen Leute scheiße finden. Umso mehr Reichweite man hat, wie Mephisto gerade sagte, umso mehr Leute finden dich auch scheiße. Tschüss. Tschüss.